Liebe Techniker Krankenkasse, wie ihr richtig festgestellt habt, liegt die Zukunft in meiner Hand, auch die Zukunft über meine Daten. Deswegen habe ich mir erlaubt, das Schreiben ein bisschen umzugestalten. Die Gesundheitskarte wird umgangen und wird meine bisherige TK-versichertenkarte nicht ersetzen. Deswegen brauche ich die Antwortkarte mit Passbild nicht ausfüllen, nicht zurückschicken und auch online kein Passbild übertragen. Ich kann also Kosten sparen und einfach meine alte Gesundheitskarte weiterverwenden. Genau deswegen haben wir gerade ein bisschen Papier durch den Schredder gejagt und haben allen Beteiligten viel Verwaltungsaufwand erspart. Also, ich kann auch noch mal ein paar Sachen machen. Ich kann auch noch mal ein paar Sachen machen. Untertitelung des ZDF, 2020